Niemand kann sich den Auswirkungen von Globalisierung entziehen. Rechtsstaatliche und wohlfahrtsstaatliche Strukturen ändern sich rasant unter dem Druck wachsender ökonomischer Unsicherheiten und den Effekten zunehmender Migration. Moderne Gesellschaften stehen deshalb vor der Aufgabe, neue institutionelle Designs für politisches Handeln zu entwerfen und neue Formen für das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher sozialer und ethnischer Herkunft zu finden. Rehan Atasü Topchulio promoviert an der Berlin Graduate School of Social Sciences über modernen Menschenhandel. Hier auf der Oranienburger Straße werden illegal in Deutschland lebende Frauen zur Prostitution gezwungen. Wie muss sich die gesellschaftliche, politische und juristische Diskussion ändern, um diesen Frauen zu helfen? Im Allgemeinen ist Sozialpolitik, die sich mit dem Problem des Menschenhandels beschäftigt, auf Fragen der Sicherheit ausgerichtet. Selbstverständlich ist das wichtig, aber Menschenhandel nur aus dem Blickwinkel der Sicherheit zu behandeln, ist nicht genug. Das ist einer der wichtigsten Punkte, an den erinnert werden muss. Was aber ist wichtig, um adäquat auf das Problem des Menschenhandels zu antworten, das sich im Spannungsfeld von Bürgerrechten und Menschenrechten bewegt? An der BGSS wird problemorientierte Forschung auf hohem methodologischem und theoretischem Niveau betrieben. Die Vernetzung mit anderen Forschungsinstituten, ein erstklassiges Betreuungsangebot und das Sammeln von universitärer Lehrerfahrung sind weitere Kernpunkte. Was macht die BGSS so einzigartig? Sie verknüpft zwei Disziplinen, die Soziologie und die Politikwissenschaft, unter einem auch politisch wichtigen Gesichtspunkt. Nämlich auf der einen Seite die Frage nach den Bedingungen von Demokratisierung und auf der anderen Seite die Frage nach der Integrationsfähigkeit von Gesellschaften. Und die Idee dieser gratuierten Schule ist, wie kann ich die Frage nach der Integration von Gesellschaften mit der Frage nach der Demokratisierung von Gesellschaften miteinander verbinden. Die BGSS vergibt Stipendien und organisiert gemeinsam mit den promovierenden Nachwuchstagungen und Lectures. In Seminaren und Methodenkursen tauschen sich die Doktoranden über ihre Projekte aus. Das fächerübergreifende Feedback hilft, Forschungsfragen zu fokussieren, theoretische und methodische Herangehensweisen immer wieder kritisch zu hinterfragen. Johannes Gershewski untersucht die Gründe für den politischen Umbruch von Regimen in Ostasien. Relativ lange ging man von so einem Paradigma aus, dass die Länder sich irgendwann mal schon demokratisieren werden. Also dieses Paradigma ist in den letzten Jahren ein bisschen aufgeweicht worden und da würde ich ganz gerne anknüpfen. Und zu fragen, warum denn eigentlich diese Autokratien trotz vielleicht widriger Umstände stabil geblieben sind, ob wir da gewisse Muster herausfinden können. Die Forschungsbedingungen hier an der BGSS sind sehr gut, die Unterstützung ist sehr vielfältig. Wir haben auf der einen Seite ein gewisses Curriculum mit Kursen, die Methodenausbildung beinhalten, aber über die Methodenausbildung hinaus auch andere Fragen ansprechen, die Frage der erkenntnistheoretischen Grundannahmen, die man hat überhaupt. Also alles Fragen, über die man eigentlich als Forscher selber auch mal reflektieren muss. Die akademische Betreuung erfolgt durch bis zu drei international anerkannte Forscher der Fachrichtungen Soziologie oder Politikwissenschaft. So kann ein breites Spektrum an Forschungsfeldern berücksichtigt und evaluiert werden. Ein fester Arbeitsplatz im Haus der Graduate School ist für die Doktoranden ebenso selbstverständlich wie die Bereitstellung von spezieller Software und Literaturressourcen. Das Curriculum der BGSS vereint intensive Lehre und Betreuung mit theoretischem und methodologischem Input. Die Doktoranden kriegen Unterstützung in Form von Kursen, aber auch finanzielle Unterstützung. Die sollten schon im ersten Semester anfangen zu schreiben. Zumindest könnten sie die Literaturübersicht schon beginnen und das hilft sehr viel, um ihr Thema zu strukturieren. Ich habe das Gefühl, ich kann ihnen schon helfen auf ihrem Weg und für meine Forschung ist es auch sehr gut, weil sie bringen mir neue Ideen oder stellen kritische Fragen. Das Betreuungskonzept der BGSS wird durch ein Einführungsjahr für Promovierende, die nicht aus Deutschland kommen, abgerundet und ergänzt durch ein besonderes Lehr- und Förderprogramm für den eigenen Nachwuchs, den MA Research Track. Die BGSS ist ein Ort, wo Promovierende nicht nur optimale Forschungsmöglichkeiten vorfinden, sondern auch mit der Urbanität des Standorts Berlin konfrontiert sind, die einen idealen Kontext für politisch und sozial relevante Forschung bietet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017